Das heutige Video wird nochmal extra unterstützt von den Kanalmitgliedern Marvin Miltkau, Moviloo, Jackie Strange, Special Freak, Der Film Flow, Stanleys Filmzimmer, Jürgen B. und Ronny Kaiser. Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema and Will aus Liebe zum Film. Ja, neue Woche, neues Glück und das bedeutet mal wieder eine Auswahl an Blu-ray Neuheiten. Und was findet am 4. Mai wieder statt? Jawollingen, der große Star Wars Tag. May the fourth be with you oder may the fourth be with you, je nachdem wie man das Ganze aussprechen möchte. Und passend dazu gibt es natürlich wieder etliche Releases aus dem Hause Disney zum Thema Star Wars. Hier wird die Steelbook-Reihe weitergeführt, die vor ein, zwei Monaten angefangen hat mit den Steelbooks, die es bereits bei Zavi gab. Das sind ja auch dieselben Steelbooks bei uns in Deutschland erschienen, allerdings nur in normaler Standardversion und nicht in 4K, obwohl auf dem Steelbooks 4K draufgeschrieben war. Ja, kleiner Fehler, das haben sie eigentlich so übernommen von den Engländern von Zavi, die sind aber bei uns nur in der Standardvariante hier enthalten. Sieht man aber auch am Preis, der 14,79 beträgt und das ist eigentlich schon recht attraktiv. Also hier kommt Star Wars Episode Nummer 7, dann Star Wars Episode Nummer 8 und Star Wars Episode Nummer 9 heraus. Alles, wie gesagt, unter 15 Euro. Des Weiteren noch die beiden Solo-Filme Rogue One, A Star Wars Story und dann haben wir noch den großartigen Solo, ebenfalls A Star Wars Story. Und guck mal die Sternebewertungen an, also manchmal kann ich es nicht nachvollziehen, ein Film, der sowas von gehatet wird, dann mit so einer Bewertung. Hm, schon ein bisschen komisch. Alles erscheint ab dem 6. Mai, zwei Tage nach dem 4. Mai, aber da kann man sich wenigstens noch freuen und das Star Wars Feeling ein bisschen länger aufrechterhalten. Machen wir weiter mit The Avengers. Hier kommen die 4K Mondo Steelbooks raus, ebenfalls am 6. Mai. Und da haben wir dann hier das, Avengers Steelbook und hier haben wir die weiteren, die in dieser Reihe erscheinen werden, alle in dieser Woche. Deswegen gehen wir da ein bisschen schnell drüber. Das habe ich mir bereits aus Frankreich importiert. Da ist es schon ein paar Tage länger her gewesen. Ist so das Einzige, was mir auch gefehlt und das letzte Puzzlestück, eines der letzten Puzzlestücke gewesen, die mir für meine Marvel MCU Steelbook Collection Reihe noch gefehlt haben. Sieht hier richtig klasse aus und sieht auch in echt top aus, wenn man das mal vergleicht mit dem Steelbook, was bei uns erschienen ist. Oje, minje. Dann haben wir Captain America. Das finde ich eigentlich auch noch ganz in Ordnung. Was haben wir noch? Doctor Strange. Okay, ist sehr comichaft gehalten, aber passt ja zu den Filmen. Guardians of the Galaxy. Ja, sieht auch noch okay aus. Ist komplett anders. Und dann haben wir noch Thor und das finde ich geht mal gar nicht. Weiß nicht, sieht für mich immer noch irgendwie aus wie Brad Pitt aus Troja oder so. Und den man hier in so einen Helm gesteckt hat, in so ein Kostüm. Also ich finde, das geht irgendwie gar nicht, oder? Was sagt ihr dazu? Das gefällt mir nicht, aber ist wie immer letzten Endes Geschmackssache. Alle am 6. Mai für 32,99. Außerdem geht es noch weiter mit Künstlicher Intelligenz hier im Limited Steelbook ebenfalls am 6. Mai. Steven Spielberg Klassiker schon, kann man sagen. Und dann haben wir auch noch Logan's Run. Hier Flucht ins 23. Jahrhundert. Da ist ja auch so eine komplette Reihe erschienen. Die wird nun weitergeführt. Taugen mir jetzt persönlich aber nicht. Aber gut, wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden. Dann haben wir noch ein weiteres Steelbook. Und zwar Mortal Kombat 1 und 2 Film Collection. 25,99. Ebenfalls ab dem 6. Mai. Hier verfügbar. Und dann haben wir noch Godzilla. Und zwar der mit Bryan Cranston. Der erscheint in einer limitierten 4K-Ultra-HD-Edition. Und hier unten können wir dann lesen, dass es den Film eben als 4K-Ultra-HD-Blu-Ray gibt. Vier Art Cuts, 32-seitiges Booklet plus doppelseitiges Poster. Also das ist doch mal eine nice Collection. Dann müsste, wie oft haben wir das jetzt bereits schon gesagt, Chucky endlich erscheinen. Denn hier in der Piece-of-Art-Box von Teil 2 und Teil 3 drückt man die Daumen. Halt so. Damit es endlich erscheint und wir in den Genuss dieser zwei tollen Boxen kommen können. Gibt es sowohl bei Mediamarkt als auch noch bei JPC zu bestellen. Außerdem erscheint dann eine Komplettbox der bisher erschienenen Wrong Turn. Teile 1 bis 6. Allerdings müsst ihr da aufpassen, bitte meine Freunde. Denn wie wir auf Schnittberichte.com lesen können, ist die leider geschnitten. Einen Link zum Bericht findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sowieso Schnittberichte.com. Die Anlaufstelle Nummer 1, wenn ihr wissen wollt, ob eure Edition geschnitten ist oder nicht. Machen wir weiter mit Gate 2 und auch HP Lovecrafts Lurking 4. Hier herausgebracht wieder von Wicked Vision Media. Gibt es auch im Wicked Vision Media Shop. Aber ich bleibe wie immer hauptsächlich bei Amazon. Die Links zu den jeweiligen Shops findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Weil es einfach von der Übersicht ein bisschen besser und überschaubarer ist. Außerdem haben wir noch der Sohn der Weißen Stute hier. Special Edition wurde ja Mitte der 80er Jahre zu einem der besten oder unter den besten 50 Animationsfilme aller Zeiten gewählt. Marcel Jankowitsch zählt als der ungarische Walt Disney. Hier bringt Bildstörung den Film heraus. Ja, das sehen wir hier unten. Und für Fans dieses Films ab 21, äh, ab 7. Mai für 21,99 verfügbar. So, machen wir weiter mit Nicolas Cage und Eva Mendes in Bad Lieutenant. Ist ja ein Remake von dem Film mit Harvey Keitel. Den hatte ich damals gesehen und fand ich großartig. Da geht es um so einen Cop aus dem Drogendezenat, der selber drogenabhängig ist und immer weiter hier verfällt. Und das Remake mit Nicolas Cage habe ich noch nicht gesehen. Falls ihr was dazu beisteuern könnt, gerne unten in die Kommentare rein. Gibt es dann auf Blu-ray ab dem 7. Mai. Außerdem der Formel 1. Meine Fresse echt jetzt. Aber man sieht es, es gibt sehr viele Nostalgik-Fans hier mit Ingolf Lück. Und da geht es ja um die junge Dame, die möchte Popstar-Sängerin werden und kommt dann zu dieser Formel-1-Show. Und da lernt sie dann die ganzen Stars kennen. Aber es gibt dann noch so einen eifersüchtigen Anhänger irgendwie. Total bescheuerter Film. Aber ist bestimmt für alle Retro-Fans und so eine lustige Geschichte. Und ja, ich hätte schon auch Bock, mir den Film anzugucken. Aber allerdings jetzt so viel nochmal da auszugeben, warte ich einfach mal ein bisschen ab, bis man den so mal auf Amazon oder Netflix streamen kann. Machen wir weiter mit Grohl. Er riecht deine Angst. Hier geht es um eine junge Dame, die sitzt im Rollstuhl, hat ein bisschen schwieriges Verhältnis mit ihrem Vater. Deswegen wollen sie mal das Verhältnis wieder aufpeppen und dann ein Wochenende in einem Landhaus verbringen. Er bringt dazu auch noch diesen Hund mit. Der Hund wird allerdings von einer Fledermaus oder so gebissen, hat nach dem Tollwut der Vater. Er leidet einen Herzinfarkt. Und so muss das Mädchen hier alleine im Rollstuhl gegen diesen tollwütigen Hund ankämpfen. Klingt echt nicht unspannend, muss ich mal sagen. Und hier haben wir dann noch ein paar Bilder. Ja, sieht richtig schaurig aus. Und könnte durchaus so ein toller Überraschungshit mal werden. Also, coole Geschichte. Halten wir mal hier im Hinterkopf. Ab Freitag verfügbar. Dann haben wir The Seventh Day, Gott steh uns bald mit Guy Pearce. Training, die trifft auf der Exorzist. Das fand ich jetzt auch nicht so unspannend, auch wenn die erste Bewertung jetzt hier schlechter ausfällt. Guy Pearce ist eben so ein Priester, der soll diesen jungen Mann hier weiterlehren, wie man Exorzismus betreibt. Und gerade an dem Tag, wo die beiden wieder losziehen, um hier zu trainieren und er ihn zu belehren, ja, geschehen lauter komische Dinge und kommen dann die eigenen Dämonen zum Vorschein. Also, die Inhaltsangabe liest sich dann wirklich so kurz zusammengefasst, wie eben hier der Titel. Könnte auch nicht unspannend sein. Können wir mal ja einen Blick drauf werfen. Sieht jetzt auch nicht so ultra brutal günstig produziert aus. Und Guy Pearce mochte ich eigentlich schon immer. Und von daher werde ich den Film definitiv auch mal im Hinterkopf behalten. Könnte schon echt eine coole Sache werden. Auch wenn man hier sieht, zwei Bewertungen, zwei Sterne. Aber davon lasse ich mich nicht abschrecken. Und deswegen gebe ich auch in meinen Reviews so gut wie gar keine Punktebewertung mehr her. Weil viele Leute meistens hin oder hin klicken und dann sagen, oh, den gucke ich mir nicht an oder gucke mir nur an, weil er den so gut bewertet hat. Aber was man vorher an Argumentation gebracht hat und wo man viel mehr herauslesen kann, ob der Film einen zusagt oder nicht, bleibt ja dann im Verborgenen, außer neben die ganze Mühe, die man sich gemacht hat. Und deswegen verzichte ich drauf, weil die Menschen sich einfach von Zahlen viel zu leicht beeinflussen lassen. Meine Meinung. Dann haben wir Money Plane hier unter anderem mit Denise Richard, Kelsey Grammer und auch Thomas Jane. Da geht es hier um dieses Flugzeug, das als Luftcasino missbraucht wird und da natürlich ein paar Gangster und Polizisten und so das Ganze aushebeln möchten. Können wir mal durchklicken. Hier sehen wir das mit diesem Luftcasino sozusagen. Könnte ein ganz solider Thriller werden. Von der Bewertung her sieht das okay aus. Aber wie gesagt, ob da jetzt hier vier Sterne sind und bei dem nur zwei, jeder sollte sich dann immer selber ein eigenes Bild davon machen. Dann haben wir noch einen Kriegsfilm und zwar Rocket Hunter. Oh, der wurde verschoben ab dem 21. Mai. Da habt ihr Manuel wieder nicht gescheit aufgepasst. Na, dann haben wir den wenigstens auch schon mal mit dran genommen und sparen ihn uns einfach beim nächsten Mal. Jetzt gibt es noch etwas ganz Krasses. Und I pee, pum, 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 on your corpse. Ein Film von Jochen Taubert, ganz angelehnt an I spit on your grave, wie man hier sehen kann. Ist aber ein Remake seines eigenen Films, nämlich Ich, pi, 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 auf Deinen Kadaver von 1999. Also warum man jetzt ein eigenes, weiß ich nicht. Und ob ihr die Welt das gebraucht habt, bezweifle ich sogar zweimal. Aber gut, es ist halt Jochen Taubert. 4K-News haben wir dann auch noch hier am Schluss und zwar Serpico. Ab dem 6. Mai in der Standardvariante, da gab es ja ein Steelbook, genauso wie bei Wenn die Gondeln Trauern tragen. Auch da gab es ein 4K-Steelbook, jetzt kommt eben die Standardvariante raus. Und Deadpool 2 ebenfalls dann noch in einer 4K-Ultra-HD-Standardvariante. Und das soll es dann auch gewesen sein, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht es gut, bleibt gesund, auf bald und Servus.